herzlich willkommen heute geht es um eine ranger weste die wollte ich mal vorstellen und zwar in lief die ist von der firma miltec und besitzt einige taschen also zwei große einschubtaschen dann hier an der seite noch mal wo man den baubeln drin lassen kann dann hat es hier auf der seite hier so eine tasche dann hier oben noch mal eine innen drin hier mit klett so eine einschubtasche das hier ist keine und hier auch noch mal auf der seite hier und hier kam es drin und hier ist auch noch eine ja und man kann den kragen relativ hoch stellen so und ja hat einen reißverschluss wie gesagt ist von der firma miltec und kostet 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 etwa 19 euro so um die 20 euro und ist von preis leistung her material ist 65 prozent polyester 35 baumwolle das ist so ein standard gemisch und sie hält auf jeden fall sehr gut warm wenn man zum beispiel eine jeansjacke trägt oder so und oder eine fließjacke und die drüber hält das super den wind ab und das gute ist sie ist total leicht und hat eine wirklich tolle fütterung nicht zu dick ist auch nicht zu dünn also ist ideal und ich sag mal auch für die kalten tage bestimmt bestens geeignet okay das war's dann mal schon wieder und damit denke ich mir ganz herzlich fürs zusehen und bis zum nächsten mal und tschüss